Tesla Suit – der VR-Ganzkörperanzug Für dein verbessertes Gaming-Erlebnis soll bald der Tesla Suit sorgen. Der smarte Ganzkörperanzug erfasst deine Bewegungen und lässt dich durch haptische Reize dein Videospiel voll und ganz spüren. Zum Beispiel auch, wenn es regnet oder stürmt. Und wenn es dir während des Games kalt den Rücken runterläuft, liegt das mit großer Wahrscheinlichkeit am integrierten Klimakontrollsystem. Alle Infos zum Tesla Suit gibt's bei Featured.de Smart Door – dieser Schlüssel öffnet deinem Paketboten die Tür. Dein Paket kommt mal wieder an, wenn du nicht zu Hause bist? Mit dem On-Demand-Schlüssel Smart Door ist das kein Problem mehr. Der smarte Türöffner kann an deiner Klingel- oder Gegensprechanlage angebracht werden und öffnet deine Haustür, sobald der Paketbote eintrifft. Aktuell arbeiten die Smart Door-Erfinder mit Vodafones Start-up-Programm Uplift an neuen Ideen für das Internet of Things. In der ersten virtuellen Ausbildungsstätte für Ninjas in Tokio kannst du testen, ob du das Zeug zum Ninja hast. Übe dich zuerst vor Ort im Umgang mit Langschwert und Wurfstern, um danach deine Künste virtuell gegen Gegner aller Art auf die Probe zu stellen. Zum gründenden Abschluss erhältst du dein persönliches Ninja-Zertifikat. Wie das alles funktioniert, erfährst du bei Featured.de.